Phuenix aus Tenedos war ein griechischer Feldherr während der Diadochenkriege des 4. v.ch. über eine mögliche Teilnahme am Asienfeldzug Alexanders des Großen ist nichts überliefert. Erstmals wird Phuenix zu Beginn des ersten Diadochenkrieges 321 v. chr. im Gefolge des Eumenes von Kadia genannt. In der siegreichen Schlacht am Hellespont gegen Kateros führte Phuenix die Kavallerie des Eumenes. Nach Eumenes Ende in der Schlacht von Gabine 316 v. chr. wechselte Phuenix auf die Seite des Antigonus Monophtalmos, von dem er als Stadthalter in der strategisch wichtigen Provinz des Hellespontischen Phrygien eingesetzt wurde. Aber im Jahr 310 v. chr. revoltierte er zusammen mit dem Feldherren Petolemius gegen Antigonus, wurde aber von dessen Sohn Philippus wieder unterworfen und anschließend begnadigt. Im Jahr 302 v. chr. kurz vor der entscheidenden Schlacht von Ipsos fiel Phuenix erneut von Antigonus ab und ging auf die Seite des Lysimachus über, von dem er zum Kommandanten von Sardis ernannt wurde. Danach ist nichts mehr von ihm überliefert. accompluchte. Wie? Wie? Vielen Dank.